Gegen den Schild, der schützt dich halt einmal vorm Backstep, dann hörst du so ein mega lautes Geräusch auch, weil der halt kaputt geht. Dann müsstest du erst wieder zu so einer Nachladestation gehen in der Base, dann kriegst du einen neuen. Die blauen sind weiter als wir übrigens. Ja. Jetzt. Durch, durch. Oh, mein Gott. Kein Fall. Oh, PPC-H. Okay, Razor back. Combat Toast ist im Blundraut, ich dachte, der ist Medic. Da sind so viele Leute gekillt als Medic. Sie kommen von der Seite, von der Seite, von der Seite. Sie schieben wieder. Ich sehe ihn nicht. Oh, Mann ey, wo, wo sind die denn überall? Überall. Alter, Alter ey. Ah, jetzt schiebt einer bei uns auch gerade. Na, tot. Ich häng fest. Achso. Oder schreibst du gerade. Nein, nein. Das passiert auch, aber dass du vielleicht auf die Chat-Taste kamst. Das gibt's noch nicht. Die überleben die kritischen andauernd, ey. Stimmt doch was nicht. Sag ja, die Typen. Kommt keiner mehr zu unserem Karren. Warum nicht? Ich will eine erschießen. Steine, deine. Huh. Verdammt. Die haben auch eine kleine Sentry aufgebaut. Bei sich in der Base. Damit wir nicht mehr pushen können. Ja, na klar, na klar kommt der Pyro wieder. Und ich werde weggesnipert. Okay, ich glaube mit dem Pyro komme ich gerade nicht mehr so weit. Obwohl ich bin der Einzige. Was soll's. Hardcore. Habe ich gerade als Erfolg bekommen. Ja, zumindest halt eigentlich. Geh über die andere Seite. Was macht der Sniper von denen hier vorne? Erwischt. Wenn ich im Boink bin, kann ich auch nicht schieben, ne? Da oben steht die, ne? Ne, kannst du auch nicht schieben. Der Ringer. Ach, deswegen war der so schnell tot. Oh, meine Güte. Oh, die blauen schieben. Wir schieben euch auch. Komm schon, wo sind die ganzen Menschen hin? Wir sind an dem dran, an dem der gerade am Schieben ist. Oh Gott, es sind mehr geworden. Komm, ein Schuss noch, ja. Ey, das war doch PPC-Age. Den wollte ich selber töten. Der Scout ist wieder dran am Schieben. Er hat mich. Hier ist noch irgendwo ein Demoman oder so. Ne, ne, ne. Ein Soldier ist noch dran. Ah, okay. Ein Soldier, ja. Hab nur die Explosion gesehen, nämlich die ganze Zeit. Wir sind jetzt am gegnerischen Karren dran. Sehr gut. Ich schieb das Ding. Ich komm auch. Der Pyro bin ich. Keine Angst. Ah, PPC-Age. Du hältst uns nicht auf. Das war gar nicht PPC-Age. Der einen Schuss braucht der Ding. Hab ihn. Ah, shit. Da ist ein Ding. Ein Soldier. Wir haben sie überholt noch. Sauber. War ein guter Push. Kam durch Zufall gerade aus der anderen Richtung. Jetzt komm. Da rollt er zurück. Ah, da ist wieder diese. Oh, nee. Was hast du ein für ein geiles Outfit an, ey? Ja. Du. Was? Mein Jaguar-Sinn, ey? Ich bin dran. Kann er mal sterben? Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Oh, nein. Und da rollt er wieder runter. Irgendjemand noch da? Sendry. Ich bin dran. Ey. Hey, Mann. Weinehund. Ach shit, jetzt bin ich gerade von der falschen Seite gerade gekommen, glaube ich. Das Gürkchen hat mich noch erwischt. Komm schon. Das kann doch nicht unentschieden enden. Das müssen wir gewinnen. Wir sind dran mit zwei. Keiner hält sie auf. Nein. Was macht ihr da? Ich bin dran. Ich hab einen. Ja, sind dran. Haben wir. Boah. Hier ist aber noch ein zweiter. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Die wollen es wissen. Die spielen alle Scout jetzt. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Ich werde nie geheilt. Und hier liegt nie ein Jero. Hier liegt ein Riegel. Aber der heilt ja auch nur 35. Ist ja nur was für einen hohlen Zahn. Da bei uns pusht auch jemand gerade. Kommt noch Scouts jetzt in unsere Base. Kannst du nochmal Deffen Grants? Ich bin gerade jetzt vorne leider. Ich bin jetzt vorne am Wagen dran. Okay, das ist gut. Ich bin bei dir. Boah, hier sind aber viele Gegner. Du hast ja noch ein paar gekillt. Ah, ich bin auch tot. Komm schon. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Er bewegt sich noch. Jetzt. Oh. Komm schon, komm schon, komm. Guck dir das an. Da unten auf dem Radar, ey. Er rollt wieder zurück. Ich gehe ihn nochmal. Ich bin auch auf dem Weg. Er rollt wieder. Wie gemein. Boah, war das knapp. Oh, als Pyro sogar Zweiter. Da haben wir noch drei Leute hier in der Nachspielzeit erschossen. Oh, hier. Da hat auch jemand das. Muskel-Shirt an, ey. Muskel-Shirt, ey. Willst du aber nicht jemanden trickt sein, Junge? Hier, hier. Der sagt mal an, was ich kann. Ey. Nein, wieso macht er die nicht? Shit, ey. Dann tanze ich halt. Na, der sollte eigentlich so ein Luftballon-Tierchen bauen. Kann man die Lore jetzt wohl auch pushen? Ja, guck mal, wir pushen die jetzt auch so. Ich tanze einfach. Ey, nicht so schnell. Da steht jemand auf, der Lore. Ja, guck mal, wie schnell unsere Lore fährt. Weil wir so viele sind. Oh, wow. Einfach, Alter. Der kam aus dem... Der hat gut Punkte kassiert gerade. Einmal durchs halbe Team hat er sich gemäht. Ach, guck mal, hier ist zwischendrin auch noch mal so eine Stelle, wo du hochschieben musst. Ein HP. Sieben. So ein bisschen in der Base gehalten. Da wird er dominiert, ey. Wen dominierst du? So ein Heavy. Helium. Achso, der wurde mal gesnipert von mir vorher. Oh, verdammt. So ein crazy boy, kann sich jetzt erstmal ein... Guck dir mal an, ey. Wir haben ja hier gleich schon... Den Karren. Oh, da ist ein Heavy. Da kann ich nicht hin. Da, da, Vendetta. Tod. Oh, Combat Toast ist schon unaufhaltsam. Zehn Fraks in Folge. Komm, schieben wir mal eben den Karren rein. Dann gehen wir in die dritte Map, ey. Oh, verdammt. Der flog bald. Geil ist, wenn du jemanden mit so einer Crit-Granate triffst. Gibt den Karren gerade. Oh, der haben dann zwei Level-3-Sentries stehen jetzt an dem Ding. Boah, ich hab sie alle gekillt am Wagen. Ha. Links und rechts. Dann rollt er wieder zurück. Pass auf, da ist ein Heavy. Wieso rennen hier so viele von uns in deren Base rum und keiner schiebt? Weil wir die töten wollen. Oh, die Gurke hat mich getötet. Ich kann leider gegen die Sentries nix machen. Oh, The Writer's Bison hab ich bekommen. Hier hinkt so ein Lasergun für den Soldier. Ah, Pommsen 2000 oder so heißt der, glaub ich, auf deutsch. Oh, fuck. Oh, verdammt. Oh, der arme Andy. Können wir das gegen die Sentries machen? Wo ist denn eine zum Beispiel? Der Ding ist oben gleich, ja. Der kommt irgendwie fest. Boah, als Pyro. Nee, ich wurde da voll reingeschubst. Die als Scout, wenn du reinspringst, fliegst du direkt erst mal 100 Meter wieder weg. Müssten wir irgendwie einen Demoman haben. Zum Beispiel Shigo. Ich, äh, bin tot. Medic down. Der Heavy hat keinen Medic mehr. Das ist gut. Und jetzt geht der Heavy, oh nein, ja, roll wieder runter, Wagen, bitte. Oh, sauber, er hat seine Sentry, oh, shit, ich hab fast die Sentry gekriegt, weil er hat die manuell gehabt und hatte in die andere Richtung gezielt. Ah, Mist, da war aber noch eine zweite. Dankeschön. Boah. Oh, General Crazy hier hat einen Meilenstein erreicht. Ein HP hab ich noch. Au, 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 au. Kann man Waffen umbenennen in dem Spiel? Ja. Achso, okay. Hattest du meine Axt vorhin nicht gesehen, als sie dich gespalten hat? Nee. Da steht dann, you mad, bro. Ja, ich hätte ja sagen können, dass sie so heißt. Achso, nee, nee. Das ist ja ein... Boah. Nee, schlecht. So, wir müssen irgendwie an den Dingens vorbei, den Sentrys. Aber wer schießt denn hier die Raketen? Hey, regular Suspense. Oh, der Backbreaker. So. Backburner. Warum nicht immer Backbreaker? Neckbreaker. Nee, der Backbreaker ist, glaube ich, eine Axt. Kann das sein? Auch in dem Spiel. Das kann sein. Rückenkratzer. Irgendwie sowas heißt die auf Deutsch, ja. Wie geil, ich stand hier gerade so einem Soldier gegenüber und da hat die ganze Zeit auf mich geschossen. Ich habe die ganze Zeit die Raketen zurückgeschleudert und dann stand er einfach nur und hat nur so mit seiner Waffe links-rechts. So nach dem Motto, nein, ich schieße nicht nochmal. Ich habe gerade, hey, Moment, guck mal oben rechts, da Lukard hat Red Shadow einmal mit dem Fisch geschlagen, aber er ist nicht gestorben dadurch. Wieso wird das oben rechts angezeigt? Da wird einfach gezeigt, wie oft du ihn sozusagen erniedert hast. Okay, das macht also nix, ja. Das ist einfach so ein Spann. Nee, das macht Schaden auch. Au, 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 au. Ich glaube, so ein Fisch in die Fresse ist schon eine feine Sache. Ja, der zählt halt, wie oft du ihn triffst, so, weil das einfach halt dann, oh, da rennt er voll in die Granate. Rakete. So, warte mal, bringt nix, ich muss den Moment spielen. Müssen die Sentries irgendwie kaputt kriegen. Ja, dann haben wir auch gewonnen. Vier Minuten noch, genug mit dem Pyro gespielt. Jetzt mal richtig mitmachen hier. Oh, wo kam hier her? Uh, 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 uh. So, wo sind denn die Sentries? Wollen wir mal gucken. Ah ja, da seh ich sie doch schon. Oh, okay. Scheiße, Mist, ich hab ihn grad noch gekillt. Nein, oh, komm schon. Wo war der Typ hin, der andere? Da war doch noch ein Soldier. Den hab ich auch schon erschossen. Ach, okay, weil ich hatte so Schiss, weil ich hatte so wenig HP. Nee, ich bin ja extra hinterher gerannt, hab die alle erschossen. Oh, jetzt komm ich nicht nach vorne, leider. Komm, ich will mit dem Fisch prügeln. Ja! He, he. Guru, das Murmeltier. Und danach hab ich ihn erschossen. Erst hab ich ihn geschlagen. Oh Gott, mach jener. Auch geil, dass der Wagen hier nicht runterrollt. Da steht hier bei dem Blauen, steht er grad so richtig schräg nach unten. Die Handbremse ist an. Ah. Hätten sie die mal lieber gelöst. Ach, du Heiliger, da ist auch noch eine Sentry. Wie viele Sentries haben die denn inzwischen? Ich dominiere Yugo. Oh, verdammt. Random Crits. Ja, ich wurde mit dem Fisch gekillt. Shit. Das ist echt schlecht. Ja. Da lacht er mich aus, ey. Das hätt ich auch gemacht, ey. Das gibt nen Kick, ey. Von nem Fisch, ey. Du spielst schon länger. Vorher achtmal gedemütigt, ey. Aber so nicht verslockt. Abgeschossen, meine Freunde. Sniper schiebt, Sniper down. Braucht mehr Health. Und du kriegst den Fisch ins Gesicht. Jawoll, ey. Wow, shit. Kann jetzt einer mal die Sentries da machen? Ich bin jetzt an der Base, aber jetzt habe ich wieder kein Leben. Den Dispenser habe ich gekriegt. Toll, Hilfe. Ich komme nicht mal mehr da rein, weil die jetzt einen Sentry da vorne stehen haben. Ich komme gar nicht mehr in die Nähe. Wir haben richtig viele Sentries jetzt hier überall. Oh Mann ey, so schön angefangen, ne? Ich schiebe. Ich schiebe. Ich schiebe. Ich schiebe. Ach komm, das geht. Da ist grad keine Sentry. Da steht gar nicht keine. Wenn du durch das mittlere Fenster springst und dich links nicht in den Wagen setzt. Doch, da ist ne Sentry. Aber ich hab sie. Ich hab sie. Wir könnten nochmal einen Angriff schaffen. Komm, komm, komm. Ich versuch's nochmal. Naja, durch das mittlere Fenster musst du durch. Ich schiebe nochmal rein. Ich schiebe. Ich schiebe. Leute, 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 ich hab's. Ich hab noch ein paar gekillt. Okay, warte, ich spring einfach mal runter. Nein, es steht aber drauf. Es rollt nicht mehr runter. Ich bin auch. Vielleicht schau'n wie es. Nein. Es rollt aber nicht mehr. Respawn. Komm schon. Warte, ich mach auch Scout jetzt einfach. Ich schiebe. Oh. She goes weg. Ich muss hier durch. Verstehen. Der Idiot will mich erschienen. Komm, 10 Sekunden. Da stehen alle in der Base bei denen. Die stehen alle am Wagen. Oh. Ah, Mist. Ich wurde gecentri'd. Ah, zählt als Sieg. Wunderbar. Ach, weil wir weiter waren wahrscheinlich. Wir standen ja schon fast drin hier. Letzte Map. Jetzt geht's direkt los. Keine Aufwärmphase, Leute. Stimmt. Das vergesse ich immer. Nur bei der dritten so. Kann das sein? Ja. Direkt ausrasten ist angesagt. Und die schieben noch gar nicht. Die haben die Ruhe weg. Und wir hatten auch so'n kleinen Headstart. Ja, stimmt. Oh, dieser Flock Pyro. Haha, tot. Oh, 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 oh. Also, die schieben auch erstmal nicht. Ich hab das hier ganz gut unter Kontrolle grad. Ah, jetzt kommen die ganzen Pyros hier raus. Hier, Mini-Critz für alle, die am Gegnerkarren stehen. Nein! Oh, weggesneider. Komm, wir müssen diese zweite Hürde da noch schaffen mit unserem Wagen. Ja, schafft die ja. Also, eigentlich kommen die hier grade... Die kommen auf jeden Fall überhaupt nicht vorwärts. Ich spawn hier die ganze Zeit bei deren Wagen rum. Komm schon, sieh den verdammt Wagen. Jetzt wird einer gefischt. Nein! Oh, Mist. Fischgehele. Ah, tot. Wir wollten was kochen. Jetzt können die zum ersten Mal schieben, weil ich bin nicht mehr an deren Karren. Ja, die haben aufgeholt. Hab die denn die ganze Zeit gemacht hier, ey. Versuch zu schieben. Aber eben nur Versuch. Alle spielen wieder Pyro grade und das nervig als Scout. Ja. Scheiße, Mann. Da kommt ne Senji. Ist hier irgendwo ein Heal? Der hat sich an Shigo verkleidet hier. Geh weg. Oh, da dominiere ich wen. Jetzt pushen wir aber gut. Jetzt pushen wir grad echt gut. Go, go, go. Da kommt einer hoch. Reingesprungen. Ah, der PPCH. Hab ich ihm dominiert. Das ist ja geil die Map, dass der Wagen auch wieder runter und ich find das cool gemacht, das Design. Ist auch schön klein die Map eigentlich so, weißt du? Also du musst nicht viel laufen, weil die Action immer in der Mitte ist. Ja. Oh, da ist wieder jemand unaufhaltsam. Da wird mich dann jemand weg, ähm, besser an uns. Glaub, das kriegen wir. Ja, das Ding gehört uns. Sehr geil, sehr geil. Oh, sogar die meisten Points, wahrscheinlich weil ich die ganze Zeit bekämmt habe. So, aber, das war die letzte Map, ne? Jetzt fängt es wieder von vorne an. Ja, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wir sind fertig für diese Woche. Genau. Hatten wir ja Spaß gemacht. Danke an alle, die mitgespielt haben. Und danke für die ganzen neuen Items. Vielen Dank. Könnt ihr schön ausprobieren. Und Shigo vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss. Ciao, ciao.